Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrersports und willkommen zurück zu World of Tanks zur nächsten Ausgabe der Kartenkunde gemeinsam mit Voxi Moron. Heute besprechen wir die Karte Charkov. Ich bin für den nordöstlichen Startpunkt zuständig. Voxi bespricht den südwestlichen Startpunkt. Alle Videos und natürlich auch die Videos von Voxi findet ihr rechts oben in der Infokarte. Dort findet ihr die Playlist zu der ganzen Videoreihe und auch eine Abstimmung, wo ihr ankreuzen könnt, welche Karten wir als nächstes besprechen sollen. Ansonsten natürlich auch der Hinweis, wir besprechen Standardgefechte, wobei auf Charkov gibt es glaube ich auch nur Standardgefechte und wir besprechen Positionen, wo ihr zu Beginn einer Runde mit einer Klasse hinfahren könnt. Das heißt wir gehen eher weniger auf das Läd und das Mitgeben ein, weil es dort einfach zu komplexe Situationen gibt. Da muss man zu viele Sachen beachten und dann kann es auch durchaus möglich sein, dass da mit einer Klasse, wo man sonst normalerweise auf eine Position nicht hinfährt, dann dort sich durchaus hinstellen kann, weil dort einfach gerade der Kampf läuft. Ansonsten zu Charkov, ihr seht es schon, ich habe so ein bisschen unterteilt. Ich habe echt überlegt, ob ich es diesmal ein bisschen anders aufziehe und nicht die einzelnen Panzerklassen bespreche, sondern eher die Zonen, wo man sich auf Charkov aufhält. Denn es ist auf Charkov wirklich so, dass viele Positionen von fast jeder Klasse angefahren werden können. Das solltet ihr bedenken, also die Positionen, die wir jetzt für die einzelnen Panzerklassen besprechen, können auch durchaus für eine andere Klasse Sinn machen. Ihr seid also auch immer selber gefragt bei den Positionen, die ihr anfahrt und natürlich auch immer der Hinweis, schaut auf das Matchmaking. Das spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Seid ihr Top, Mid- oder Low-Tier, gibt es vielleicht von einer Panzerklasse beim Gegner mehr oder weniger von dem. Deswegen, das sollte man alles immer mit beachten. Fangen wir mit den schweren Panzern an und die, ihr seht es, orientieren sich tendenziell in den mittleren Bereich, beziehungsweise gibt es auch eine Position hier unten im Süden. Es kann durchaus Sinn machen, dass man auch als schwerer Panzer vielleicht hier an diese Ecke fährt, aber das ist für mich nicht so unbedingt eine Standardposition, aber wie ich es gerade schon gesagt habe, kann die auch durchaus Sinn machen. Aber ihr seht es schon, das meiste Getümmel geht hier in der Mitte ab. Hier habt ihr im Grunde verschiedenste Möglichkeiten, je nachdem, was ihr für ein Heavy seid. Habt ihr einen guten Turm, habt ihr vielleicht keinen so guten Turm, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal hier am Eingang dieses Innenhofes, da könnt ihr einmal hier runter wirken auf diese Position, wo ich euch das Ausrufezeichen eingezeichnet habe. Ihr könnt auch später quasi hier hin und her fahren und die Straße hier runter aimen, falls der Gegner hier in diesen großen Platz reingefahren ist, um dort Ziele zu bekommen. Ihr könnt aber auch direkt vom Anfang nach Süden fahren und euch hier an diese Ecke stellen und euch mit den Gegnern, die hier beim Ausrufezeichen aufgehen, quasi peekaboo-mäßig und Crawling-mäßig beschießen. Oder ihr fahrt zum Beispiel in den Innenhof etwas weiter rein und macht das Flankiermanöver hier oben rum auf diese Position. Oder natürlich, ihr bestellt euch hier in diese mittlere Ringstraße rein, was natürlich auch geht. Hier gibt es am Eingang einen Schutthaufen, wo man sich wunderbar dahinter stellen kann und mit dem starken Turm spielen kann. Man kann auch quasi gegenüber der Straße in diese kleine Einfahrt reinfahren. Das ist auch möglich, wobei dort kann es durchaus möglich sein, das ist dann also diese Position hier, dass euch dort die Artie treffen kann, beziehungsweise wenn ihr hier hinten rum fahrt und durch diesen Hausdurchgang durchfahrt, könnt ihr euch einmal hier an diesem Schutthaufen oder hier in der Mitte an dem Schutthaufen aufstellen. Da könnt ihr auch wunderbar Hold-Down stehen, ohne dass ihr eine Gun Depression braucht. Das ist wichtig und könnt quasi hier in diesem Bereich nach unten wirken oder auch Gegner, die hier in dem Bereich auftauchen. Die Medium-Panzer, ihr seht jetzt schon, sind ein bisschen anders aufgestellt. Natürlich gibt es auch die Position hier unten im Süden, einmal an der Ecke, wo ich euch auch den Heavy eingezeichnet hatte, aber ihr könnt auch hier hinten rumfahren, wenn ihr schnell genug seid und euch quasi hier hinten positionieren. Da gibt es auch gute Deckung durch Schutthaufen, die dort aufgestellt sind, die euch quasi vor direkten Beschuss von hier so ein bisschen schützen. Ihr könnt also hier den vorgezogenen Spotter als Medium auch spielen. Allerdings müsst ihr hier auch aufpassen, dass euch die Arty nicht trifft, beziehungsweise er macht das gleiche wie der Heavy, der halt eventuell auch an diese Ecke gefahren ist. Andere Möglichkeit ist auch quasi hier an diese Position zu fahren oder eventuell auch an diese Position, wo auch die Heavys stehen können. Wenn ihr mobil genug seid, könnt ihr euch auch in den Innenhof begeben und dort quasi versuchen, den Gegner entweder von dieser Position aus zu flankieren, also so ein bisschen das Ablenkungsmanöver für eure schweren Panzer spielen können. Wichtig an diesen Positionen hier auch für die schweren Panzer. Dort könnt ihr durch die Artillerie getroffen werden, die, wenn sie hier in dem Bereich hier unten steht, da wunderbar reinwirken kann. Andere Möglichkeiten, ihr seht es schon, orientieren sich eher so Richtung Norden. Man kann also auch mit einem Medium an diese Position fahren. Man kann auch mit einem Medium eventuell hier oben rumfahren und dann diese Linie runter quasi wirken und den Gegner ablenken. Das würde ich aber nicht alleine machen. Da würde ich immer zusehen, dass eventuell hier noch ein Medium steht oder vielleicht ihr TD-Support von ihr hinten bekommt. Ansonsten auf der oberen Ebene, weil hier das ist ja quasi diese Abbruchkante hier, kann man sich auch da hinstellen und quasi in diesen Bereich hier reinwirken. Da müsst ihr mal schauen, wie sich euer Team aufhält. Manchmal wird auch, habe ich auch schon erlebt, vom eigenen Team der Bereich hier oben komplett ignoriert. Da macht es natürlich keinen Sinn, da hinzufahren. Dann macht es eher Sinn, den Lemming-Train zu machen und vielleicht mit Richtung Süden zu fahren oder die Heavies hier in der Mitte zu unterstützen. Bei den TDs sieht es im Grunde relativ ähnlich aus. Wie schon gesagt, auf Tcharkov kann man eigentlich fast jede Position mit jeder Klasse anfangen. Deswegen seht es auch hier, der Süden ist ein bisschen ausgespart, wobei man natürlich auch mit einem TD, mit einer starken Panzerung sich hier an diese Ecke stellen kann. Aber finde ich ehrlich gesagt nicht so optimal. Es gibt durchaus andere Positionen. Die Position, die ich sehr mag, ist hier oben bei diesen Häusern. Da kann man wunderbar diesen ganzen Bereich hier unten abdecken. Wichtig dabei ist, ihr braucht natürlich hier einen vorgeschobenen Spotter, sonst steht ihr da hinten so ein bisschen verloren da und werdet vermutlich sogar von dem Leid, von dem gegnerischen Leid, der hier über die Freifläche fährt, eher gespottet, als dass ihr ihn seht. Was man hier auch beachten muss, man kann sich dort zwar hinter Häuser zurückziehen, wenn ihr aber in der Schussposition steht, steht ihr für die Artie offen. Und ich habe es dort schon sehr oft erlebt, dass die Artie da einfach reinhält. Und das kann dann schon sehr schnell zu massiven Hitpoints-Verlust führen. Andere Möglichkeiten für TDs mit starker Panzerung ist hier in die mittlere Straße reinzufahren. Das funktioniert also genauso wie mit einem Heavy auch. Wunderbar. Man kann also hier die Straße, diese mittlere Ringstraße runterwirken. Das gleiche kann man natürlich auch an der Heavy-Position hier machen, dass man hier in diesem Bereich runterwirkt. Auch da steht ihr leider nicht unbedingt Artie safe. Ihr könnt dann auch im späteren Verlauf, ich habe es euch hier an den Pfeilen eingezeichnet, quasi zwischen diesen Positionen wechseln. Wenn der Gegner vielleicht hier unten in dem Bereich steht, dass er hier durch diese Torbögen durchschießt. Oder wenn der Gegner vielleicht durch die Straße, halt hier durch die Straße durchdrückt, dass er euch so positioniert, dass er quasi in diese Richtung wirkt und den Gegner quasi abfängt, wenn er hier in diesen Bereich rein drückt. Eine Position, die man anfahren kann am Anfang auch, ist quasi entweder hier oder vielleicht ein bisschen zurückversetzt und dann quasi hier runter zu wirken für Gegner, die quasi hier unten langfahren zu dieser Position hin. Das funktioniert am optimalsten, wenn ihr hier einen bekloppten Light von euch habt, der in diesen Bereich reingefahren ist und vielleicht sich irgendwie passiv in den Busch reingestellt hat. Ansonsten mit einer guten Sichtweite, also wenn ihr einen TD habt, wo ihr auf jeden Fall auf Sichtweite gegangen seid, dann kann man sich die Gegner auch selber aufmachen. Man muss allerdings da ein bisschen Glück haben, dass die nicht in dieser Senke lang fahren, sondern oben lang. Weil wenn sie in der Senke lang fahren, seht ihr sie natürlich nicht. Und es kann durchaus sein, dass ihr sie erst relativ spät seht und dass dann die Gegner schon in Deckung sind, bevor eure Granaten ankommen. Also das ist eher eine Position für den Anfang und vor allen Dingen eher so für ein oder maximal zwei Schuss, denn danach passiert hier in dem Bereich erstmal für lange Zeit nichts mehr. Die leichten Panzer auf Charkov haben es nicht unbedingt einfach, haben es aber auch vielleicht nicht unbedingt so schwer wie auf anderen Stadtmaps, sei es vielleicht auf Stalingrad oder auf Himmelsdorf. Ihr habt im Grunde einmal den Süden und ihr habt einmal den Norden. Ihr müsst am Anfang quasi schauen, wie sich vielleicht eure TDs und auch eure Mediums orientieren, ob ihr jetzt also eher nach Süden fahrt oder euch in den nördlichen Bereich orientiert. Im Süden habt ihr im Grunde auch wieder zwei Möglichkeiten hier an dieser Ecke, wo auch schon man als Medium oder als TD stehen kann. Finde ich aber gerade, wenn viele eures Teams hier hinfahren, diese Position für den leichten Panzer nicht unbedingt optimal. Da würde ich eher meine Mobilität nutzen und hier hinten rum in diesen Bereich reinfahren, um dann so ein bisschen der Nervzwerg und das Ableckungsmanöver für die Gegner, die hier sind, zu spielen. Denn das ermöglicht euren Team, was hier an der Ecke steht, entweder die Gegner zu bewirken oder sogar in den Bereich reinzudrücken und den Gegner quasi hier in die Defensive zu drängen. Andere Möglichkeit, ihr seht es schon, ist im Norden. Dann hat man einmal die Position hier hinter diesem kleinen Hügel, wo man spotten kann, die Gegner quasi in diesem Bereich hier offen halten kann. Oder man fährt noch mutigerweise bis zu den Häusern hier oben in dem Bereich. Da kann es aber passieren, dass ihr dort schon auf den gegnerischen Leid trefft. Das kann euch natürlich auch hier unten passieren. Wie gesagt, es ist immer so ein bisschen wichtig, dass ihr da schaut, wo ihr den Support von eurem Team bekommt. Also steht vielleicht ein TD hier oben und deckt euch. Merkt ihr vielleicht, dass die ARTI, die sich in diesem Bereich aufgestellt hat, auch euch unterstützt hier drüben. Da müsst ihr immer so ein bisschen schauen, wie sich also euer Team orientiert. Die Mitte, also diesen Bereich und diesen Bereich, würde ich am Anfang als leichten Panzer eher meiden, weil das sind Distanzen eher auf kurze, also man kämpft da eher auf kurze Distanzen. Ihr seid also relativ einfach zu treffen. Ihr könnt in diesem Bereich schlecht eure gute Mobilität ausspielen, die ihr in aller Regel als leichter Panzer habt. Eine Möglichkeit, die ich schon bei den TDs angesprochen habe, ist, dass ihr hier quasi in diesem großen, in dieser großen Ringstraße einen First Spot fahrt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, nicht zu weit. Einfach nur in Bewegung bleiben, um eventuell die Gegner, die hier unten quer fahren, zu spotten für einen TD oder vielleicht auch einen Medium, der hier steht und quasi so ein bisschen die Gegner absnipern will. Das ist auch noch eine Möglichkeit, die man als leichter Panzer am Anfang hat. Kommen wir am Ende wie immer zu den ARTIs. Positionstechnisch gibt es da schon einiges. Ich habe euch jetzt mal hier vier Positionen eingezeichnet. Das ist einmal hinter diesem Haus hier, dann hier ganz hier oben und quasi hier und hier nochmal in diesem Häuserbereich rein. Tcharkov ist als ARTI nicht schlecht, aber auch nicht mega gut, denn gerade in diesem inneren Bereich hier ist es schon schwierig. Also klar, oftmals die Positionen hier, die sind ganz gut treffbar, eventuell mit einer ARTI, mit einem guten Schusswinkel beziehungsweise mit einer guten Position auch hier an die Ecke von der Ringstraße. Klar, die Bereiche hier unten kann man auch relativ einfach abdenken und natürlich auch den offenen Bereich hier oben. Aber gerade auch in dem offenen Bereich hier oben, das ist keine flache Landschaft, da gibt es schon Hügel und Senken. Und wenn ihr einen flachen Schusswinkel habt, kann es durchaus sein, dass ihr dort auf einen Gegner, der da hinter einem kleinen Hügel steht, gar nicht draufkommt, weil eure Granate quasi an der Kuppe des Hügels hängen bleibt. Also man muss auf Tcharkov schon schauen, wo man steht und man hat den großen Nachteil, das habe ich sehr oft erlebt, wenn eine Flanke fällt, seid ihr trotz der Größe der Karte relativ dann doch schnell offen und seid raus aus seinem Spiel. Ihr habt wenig Chancen, euch so richtig hier hinten zu verbunkern. Also die Position, die ist natürlich sehr, sehr defensiv, die geht immer noch am besten. Aber wenn euer Team hier unten überhaupt nichts stehen hat, dann drücken die Gegner hier quasi rein und sobald quasi hier eine Light steht oder ein Medium, seid ihr hier oben im schlimmsten Fall schon gespottet und habt so ein bisschen die Arschkarte. Also muss man echt schauen, am optimalsten ist dann vielleicht wirklich hier oder hier, beziehungsweise hier. Aber das hängt halt auch immer davon ab, wie sich euer Team am Anfang auf der Karte verteilt. Und für die Artie ist es immer am optimalsten, wenn keine Flanke irgendwie leer gelassen wird, weil das ist immer das größte Risiko, dass dann der Gegner über diese leere Flanke drüber drückt und euch dann relativ schnell offen hat und ihr als Artie einfach dann gar keine Chance habt, weiter im Gefecht teilzunehmen, weil ihr einfach so schnell raus seid. Ihr kennt das ja mit der Artie. Damit sind wir auch am Ende schon der Kartenkunde auf Charkov. Ihr seht, die Karte ist nicht ganz so einfach. Gerade was die Position für einzelne Klassen angeht, gibt es jetzt wenige Stellen oder wenige Positionen, wo man sagen kann, das ist jetzt eine Position für XYZ-Klasse, sondern es ist schon sehr oft so, dass man fast an jede Position mit jeder Klasse fahren kann. Deswegen könnte man, wie ich es auch am Anfang schon gesagt habe, die Karte so in diese drei Bereiche hier einteilen. Schaut also, was euer Panzer für Eigenschaften hat. Wenn ihr natürlich Lothier seid, dann stellt euch eher in die zweite Reihe. Spielt auch mit dem Heavy als Lothier nicht irgendwie in der ersten Reihe auf 50 Meter zum Gegner. Das endet meistens nicht gut, sondern schaut, dass ihr dann eher euer Team unterstützen könnt. Und fahrt nie alleine und dann kann man auch auf Charkov durchaus erfolgreiche Runden haben. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Däumchen nach oben da. Denkt dran, rechts oben in der Infokarte findet ihr die Playlist, wo ihr auch die Ausgabe von Voxi findet. Und ihr findet dort natürlich auch die Abstimmung, wo ihr für die nächsten Karten, die wir besprechen sollen, abstimmen könnt. Und wenn ihr Ergänzungen habt, natürlich gerne damit in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oherr. Euer Oherr. Euer Oherr. Euer Oherr. Euer Oherr.